Guten Morgen Leute, wir sind gerade auf Cypress Mountain, wir haben heute die Nacht hier verbracht, zwar nicht auf dem Berg, aber unten. Wir haben sogar auf dem Parkplatz irgendwo in einem Provincial Park gepennt und wurden dann weggeschickt von irgendeinem Typen, keine Ahnung man. Und jetzt sind wir hier gerade Cypress Mountain, eine Runde Kacken und Zähneputzen und den Berg ein bisschen auschecken und dann geht's heute Richtung Whistler Leute, mal gucken. Hier ist eigentlich ziemlich nice. Ich muss sagen, hier ist überall Schnee, richtig nice Bäume. Ja, die Bäume sind überstick aus. Überstick hier, mega nice. Ah, es ist so nice hier. Wooo. Ist es nice? B-Roll. Ja, ich muss sagen, hier sind gerade aufs Falser. Ja, ich muss sagen. pięлон馬isiere töten. Ja, ja, ich muss sagen. Ja, ich weiß nicht. Wir gehen heute richtig fett hiken. Wir klimmen heute The Chief und guck mal die Aussicht hier. Die ist allein schon richtig, richtig fett. Oben wird es bestimmt noch viel nicer. Woohoo! First Hike! Yes! Ist das so anstrengend? Ich bin grad gestartet. Oh shit! Erst als Zwischenstopp nach 5 Minuten. So guys, the good part ist, dass da die ganze ganze Wasserfalle ist. Das ist ziemlich erfrischend. Aber sonst ist es ziemlich anstrengend. Ist immer noch anstrengend. Aber mittlerweile bin ich dran gewöhnt, dass es anstrengend ist. Ah, wird nicht. Wird nicht anstrengender. Topfit, Longs. Ja. Ich bin grad auch topfit. Ich bin K.O. Ich weiß nicht, wo wir grad sind. Aber ich glaube, wir haben bald unser erstes Ziel erreicht. Der Moment, wo wir alle warten. Wir gehen vor. Holy shit! Das ist nice! Das ist so nice. Das hat sich so gelöst. Das sieht so krass aus von hier unten. Woohoo! Das ist so nice hier. Holy shit! Das hat sich alles gelohnt. Das ist so sick. Hau rein, Cody. Hau rein, Mann. Viel Spaß noch auf dem Hike. Voll K.O. Alter. Meine Beine sind schon so am Schlackern die ganze Zeit. War mega anstrengend, Mois. Ich gehe jetzt nochmal zum ersten Viewpoint. Die anderen Mois sind schon zurück zum Auto. Und ich check die nochmal aus. Und ich will mich da gleich ein bisschen hinzitten. Das Ganze ein bisschen genießen. Leute. Es ist unglaublich, wie anstrengend diese Treppen sind. Es ist so krass. Wow! Holy shit! So krank! Oh! oh yes oh yes keep going oh scheißegal ob es da oben regnet oder wie es da oben aussieht es wird mich da auch ein Regen hin oh Gott ich bin da nicht mehr oben, es ist krass oh ja oh ja, ich habe es geschafft, oh mein Gott, ich habe es geschafft oh ja ich habe es geschafft, ich bin oben angekommen und ich habe angefangen zu schneiden gerade schneidet es nicht mehr so doll aber es war richtig anstrengend und wenn ihr euch fragt warum ich hier nochmal hochgegangen bin und am anderen Peak, wir haben nur gefilmt und ein paar Bilder gemacht, ich hatte keine Zeit um mich mal hinzusetzen und das ganze hier zu genießen ich habe es einfach nur kurz auf Kamera aufgenommen aber nicht wirklich für mich aufgenommen und jetzt setze ich mich hier mal kurz hin und nehme das alles für mich auf und es ist ein unbeschreiblich geiles Gefühl Leute, dafür leben wir Leute, wuhu, yes yes das ist ein du Untertitelung des ZDF, 2020